So, dann einen wunderschönen Mittag, 8.15 Uhr, aus dem wunderschönen Hamburg. Ich laufe gerade in die Parkanlage Planten und Blumen und werdet mal sehen, was sich dort so an Fotomotiven ergibt. Weiter wird es dann wahrscheinlich gehen in Richtung Binnenalster und Ebtünne. Ja, ich denke, das erste frülle Motiv habe ich gefunden. Hinter mir die kleinen Wasserfälle. Die Bilder bleiben dann hinterher ein. Die Bilder bleiben dann in Richtung Mögel. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So ich denke mit dem Spot bin ich für heute durch. Ich denke mal die Bilder, die ich haben will, habe ich im Kasten. Ich baue jetzt ab und dann ab ins Hotel und pennen gehen. So ich denke mal die Bilder, die ich habe. So und damit wäre dieses Projekt Walters Kurverdamm auch abgeschlossen. So wie gesagt in diesem Sinne war es das mit der Tour für heute. Ich denke mal Alster Arkaden waren nicht noch mal drin sind heute Abend. Da habe ich jetzt echt keine Lust mehr. Aber naja, ich denke noch früh dem Videomaterial haben wir wieder mal zusammen gesammelt. In diesem Sinne, wenn es Spaß gemacht hat zu schauen, danke fürs Zügegucken. In diesem Sinne, da.